24 Sekunden. Das Praktische ist natürlich, dass man hier nur eine Art von Matchmaking sucht. Und nicht wie bei CS eine Karte sucht. Wobei das hier auch ganz angenehm wäre, wenn man das aussuchen könnte. Werde ich so ein paar Karten rauslassen. Wow! Was ist denn da los? Geh bitte! Ja, war nicht der beste Pass. Geh mich zu. Ah shit. Aua. Ah, Rase juckt, Alter, so. Der geht hoch, oder? Weißt du noch nicht, wie hoch er geht. Au, 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 au. Danke. Hehehe. Schade. Ja, ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich den selber einmache, wenn ich den wieder oben drehe. Deswegen bin ich lieber zum Boost gefahren. War im Endeffekt dann keine gute Idee, aber... Da machst du nix, ne? Da machst du nix, ne? Ich hab ein bisschen Angst, dass er ihn machen will. Aber das war gar nicht so schlecht. Aua. Hehehe. 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 Er hält mich halt hoch. Was ist das? Hehehe. 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 Hehehehe. Er war ein bisschen... ...sehr passiv, oder? O, der war schön. Er war sehr, sehr schön. Muss man heute auch mal sagen. Gut der Schuss. Weiß einer bei wie viel Prozent wir stehen? Weiß gar nicht mehr was für ein Game das ist. Welche Nummer? Wäre sick gewesen, hätte ich den gedribbelt bekommen. Aber ich bin leider nicht so... Dribbel-labber. Dribbel-labberle. Dribbel-labberle? Ich bin kein Dribbel-label. Ein Drille-labberle. Okay. Ah. Alter, macht das. Ich vertraue wieder. Blind vertraue... Ja, hat er gut gesehen. Das wäre falsch gewesen, darauf zu gehen. Mal gucken. Wenn er den Mitte kriegt, dann ist es geil. Nee. Ah, er hat gefaked. Aber war GG, war GG. Oh, ich will einmal kurz gucken, was für ein Spiel ich gerade habe. Laut Zeit müsste das das vierte gewesen sein. Ah, siebte war natürlich, ne? Also ich meinte eigentlich achte, aber scheiß drauf. Ah, wir können hier ein paar Sachen klemmen. Also, zwei, sieben, dann noch drei. Ja, wir kommen nicht ganz hin mit der Stunde, die ich gesagt habe. Bisschen Verzögerung wegen Suchzeit und so auch. Fünf Tage, tatsächlich. Ich bin einen Tag zu spät. Das wäre ärgerlich. Wenn wir trotzdem merken sollen, wie viel ich schon gewonnen habe.